Der Innovation Day in einem Wort Potenzialerkennung, verbindend, inspirierend und erfinderisch. Der Innovation Day ist eines unserer Community-Formate, mit dem wir Innovationen vorantreiben möchten. Dieser Tag soll alle Innovationsbegeistern bei Verbund zusammenbringen und zeigen, wo in Verbund überall Innovation passiert. Gleichzeitig soll der Tag auch inspirieren, unersollt vernetzen und Anstoß für Nahes geben. Wir möchten mit diesem Format informieren und inspirieren und Kollegen aus dem Konzern die Möglichkeit geben, ihre Innovationsaktivitäten auf die Bühne zu bringen. Innovation ist ein Teamwork. Das heißt, Kooperation ist eine ganz wichtige Voraussetzung für Innovation. Ein Netzwerk zu haben, ein Ecosystem zu haben, das ist ganz eine wichtige Grundlage für erfolgreiche Innovation. Ich sehe da auch Begeisterung für die neue Technologie, was mir sehr viel Optimismus gibt, dass im Verbund diese neue Technologie der Künstlerintelligenz noch aufgenommen wird. Die Erkenntnisse bei der Innovation ist, dass man offen sein muss für alle Eventualitäten und Möglichkeiten. Was ich mir mitnehme vom Innovation Day ist die Energie im Raum. Dass so viele Leute motiviert sind, dass sie tatsächlich etwas weiterbringen für Österreich und für die Energiewende. Und das kriegt man einfach total mit und das finde ich super.